So, hier ist der Tempo 67 wieder. Wir hatten ja vorangekündigt, dass wir heute mit dem Paladin 68 und der Schokodiebin fahren. Der Paladin 68 hat leider ein technisches Problem. Wir hören ihn nicht, wir sehen ihn nicht. Hat sich auch gerade verabschiedet. Also werden wir mit der Schokodiebin alleine ein paar kleine Gefechte fahren und gucken, wie es halt klappt. Wir werden es sehen und trotzdem viel Spaß, denke ich mal für die, die Zuschauer nicht fahren. Okay, Schoki, du willst KV1 fahren, okay? Ja, auf jeden Fall bis nach dem Ball bleiben. Okay, dann gehen wir in KV1 rein. Wir haben uns jetzt so vorgenommen, so eine Stunde, anderthalb Stunden zu fahren. Heute ist Sonntag. Morgen müssen, muss das arbeitende Volk wieder früh aufstehen, dann werden wir mal weitersehen. Wie uncool! Ja, wir sind glücklich, wenigstens. Wir haben Arbeit. Es gibt Leute, die haben keine Arbeit und die würden gerne arbeiten. Aber ich kenne auch Leute. Wir haben keinen Bock zum Arbeiten. Die leben in den Schönen in Klache, nein. Genau, die kenne ich persönlich und die haben keinen Bock zum Arbeiten, weil wir mit Hartz IV mehr kriegen, als wenn sie arbeiten gehen. Hartz IV und der Tag gehört dir, oh toll. Okay, kommen wir zum Gefecht zurück. Was haben wir denn hier so tolles? Wir haben hier ein Fettelnüs-Gefecht. Wir müssen unsere Basis verteidigen. Wir haben ein Stufe 6-Gefecht. Legen wir los! Wir fahren mal... Ach, das ist mein Panzer, der Hände. Okay. Wir fahren erstmal ein bisschen in die Stadt und suchen ein bisschen Deckung. Damit sie uns nicht gleich rausnehmen. Ich komme von da unten in der Hände. Das heißt, ich stelle mich hier vorne in eine Ecke hin. Mach mal ein bisschen lookey, lookey, was es so gibt hier unten. Ich will mal in die entgegengesetzte Richtung. Mach das, mach das. Ich will, dass ich da ein bisschen den Kasten sauber halte. Bewegungsunfähig! Ich habe mich hier abgeschossen. Wirkungstreffer! Oh, ich habe... Oh, ich nehme mich auseinander hier, diese Säcke. Au, die Hände. Ich bin raus. Ich stand hier ganz doof. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich stand hier mehr als doof. Ich war noch in Gedanken gewesen. Zu früh zu schießen, ist unfair. Ja, ein bisschen Schadenwesen ist gemacht. Besser als gar nichts. Der 34 ist nicht mehr viel. Okay, Schubi. Liegt an dir. Ja. Zeig, was du kannst. Mach es. Mach es. Oh, du machst das schon. Autsch. Ich werde jetzt irgendwo da wegfahren. Ich weiß nicht, wo ich... Ah, nein. Ach, die kommen von der Seite. Na, super. Autsch. Autsch. Okay, zack. Leise. Gute Nacht. Schuki, mach was. Ah, hallo Schmersch. Tag. Der Paladin kann heute nicht. Wenn du willst, kannst du gerne einspringen. Wir werden so bis gegen halb neun rumfahren. Also, wenn du willst, komm dazu. Kriegst eine Einladung. Dann sehen wir mal weiter, ne? Autsch. Okay, wir gehen hier mal raus. Wie gesagt, Schmersch, bist gerne eingeladen, wenn du möchtest. Komm rein. Polier deine Kanone und... Ne? Weißt schon. Okay. So, der Paladin schreibt gerade noch was. Aha. Okay. Der Paladin will mit seiner Heulen ab 20 Uhr noch was gucken. Okay. So, trotzdem sind wir jetzt dran. So. Schmeiß was rein. Schuki. Ach, Schmersch hat ein Date mit dem Sofa. Ne. Ich hab ein Date mit der Schoko-Dieben. Das ist viel, viel besser als ein Sofa. Ja, Panzer fahren. Vierer wollen wir mal fahren. Scheiße, ich hab ein Vierer Panzer. War wie ein Vierer Panzer. Nimm ich den hier. Los, schmass rein. Das ist doch wohl genug Panzer im Reperto. Ja. Ich will mal. Bleib mal locker. Ja, ich will mal deine Neues. Zack, gut, dann schubst ich uns mal rein. Gucken wir mal. Ach, wir sind low tier. Ganz unten. Ui, toll. Schmersch, denk dran. Morgen, ne. Wenn du noch online bist gerade. Ein riesiger Geiger schwebt über dir. Ich sehe keinen. Wo ist er denn? Ich will mal zum Arzt gehen. Oh, herr. Denk dran, morgen. Morgen fahren wir. So. Wo sind wir denn hier? Wir fahren mal in die Stadt dahin. So ein bisschen. Wir fahren mal nach rechts. Schuki. Wenn du was gerade ist mit Blättern an siehst, ist ein Baum. Fall dran vorbei. Los geht's. Kommt die Kappelerie hier. Oh, so viele Panzer hier. Oh, hast du eine schöne Kanone aber. Oh, die ist aber schlecht. Die ist auch so schön hart. Mach doch mal einen blöden Sprung mal wieder rein. Kann ich gerade nicht. Kann ich nur machen, wenn ich tot bin. Mein Herr. Sag mal, was bist du denn für ein Schweinkirchen? Schweinkirchen. Morgen 18.45 Uhr, Rambazamba. Okay. Kannst du auch heute schon mitmachen, Sattelü. Komm, komm, drüber. Ja, kann er machen, wenn er will. Heute ist Sonntag, dann hat er wahrscheinlich kein Sonntagspanzer. Fahre ich nicht eigentlich. Ich muss mich hier langfahren. Schüttel. Ach. Ganze Woche da hoch. Schüttel hier. Urlaub ist schön. So. Ich bin so weit vorgefahren hier. Und? Ist hier irgendwas los? Schwerer Panzer folgt uns. Okay. Büppelpatz gemacht? Wo denn? Immer am Ende hier. Huch. Da ist was. Den kriege ich nicht. Das ist hinter den Arkaden. Das ist außer. Der hinten ist ein Churchill. Den kriegen wir aber auch nicht. Das ist hinterm Haus. Ja, genau. Fahren wir hier mal rum. Komm her. Äh, das hat sich erledigt. Oh, willst du nicht mehr? Hat mich mit einem Knall weggemacht. Oh. Wom das denn? Geht mal fragen. Kannst du mal hinfahren und mal fragen? Ja, ich fahr mal hin. Ich frag ihn mal. Auch da hinten nicht, Papa. Der ging voll durch ihre Panzerung. Panzer 4 ist mal eins gegeben. In Churchill kann mich mal ein. Fahrzeug zerstört. Also, Artie ist gemein. Da will ich wieder raus. Okay. Geh mal raus. Wenn du auch draußen bist. Geh mal raus. Ah, warte. Ich fahr mal ein Glücks. Geht es ja dieselbisch in der Reihe. Oh, Mann. Ja, arm. Es läuft nicht. Ich hab abgedankt. Gibt's nicht mehr. Ja. Ich bin eigentlich schlecht, glaube ich. Ich bin eigentlich schlecht. Ich bin eigentlich nicht mehr Zeit. Ich bin einfach mal. Oh, hier ist ein Panzerchen. So, ein Panzerchen. Gab er fünf. Okay. Aber weiß. Ja, fünf war Panzer. Ja. Oh, Mann. Ich bin verwirrt. Das geht ja gar nicht. Gucken wir mal. Da hat man nur von Paladin ein dickes, fettes Brummen drauf gehabt. Gucken wir mal. Was haben wir jetzt wieder? Oh, ja. Ich wieder load hier. Ich bin dafür. Wir fahren mal so links. Wir fahren mal links. Gucken wir mal. Und Teddy streamt heute Abend ja auch wieder. Wie ich mal schreibe, dass er dann streamt. Ich kann doch mal eine Kette nicht dreckig. Das wäre ja lustig, wenn er unverhofft immer vorbeigucken würde. Ich würde mich riesig freuen. Das ist ein KV-2. Die horizontale Artillerie. So, wir fahren hier mal lang. Ups, da schaut ein Baum im Weg. Da hinten ein Luchs. Luchs ist doof. Luchs ist doof. Aal. Naja, Aal. Gut. Okay. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Wie wir machen können. Wir haben da einen Luchs. Ich könnte den Luchs da rausnehmen. Danke. Jetzt haben wir hinten so einen blöden Aal. Ich bringe da einen Schuss drauf. Ich habe nicht getroffen. Oh, da hinten ist so viel los. Aua, 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 aua. Autsch, das ist unfair. Der läuft heute aber auch gar nichts. Zu schnell vorgefahren. Wo ist denn mein Schucke-Diebe überhaupt? Achso. gar nicht gut aus ja dann geht's doch du machst du schon du schaffst das du bist cool du bist hart ja wie schaut's aus ach wir zog ein bisschen die gegend rum ach wir wollen zur kirche heute interessant das ist das sagen sie alle das sagen sie alle verzogen vielleicht gibt kein tempel ok ich bin nicht mach mal was da du musst mich rächen ich bin tot kette wurde getroffen sie kann jeden moment reißen ja wie schaut's aus doch geht's schon wieder beruhigt ouch was war das wollen wir raus gehen wir raus gehen wir einfach mal raus hier was heißt denn so blöd wohl toll so schmeiß was rein das ist der baller den schreibt mir krommel wollen wir fahren denn ist krommel gewusel na gut komm her kriegen wir hin weil sonst fahr ich den und fahr'n den ich kann nix machen das ist ja nix ne du kriegst ja freie erfahrung dadurch und für die besatzung kriegst du was ja aber für die panzer wie jetzt ne dafür nicht aber die freie erfahrung kannst du auch für die panzer benutzen das funktioniert ja irgendwann hast du da eigentlich knuscht prozent los geht's wo fahren wir mal lang was haben wir denn überhaupt für ein 7er gefecht wir wollen geradeaus fahren wir geradeaus komm her wir müssen die geklische haben alle gemeinsame basis ok dann gucken wir mal da war ein krommel ok so weit weg ok ich bin offen die haben mich nicht ins Wasser kann doch nicht aufgemacht da sind wir im Tier da unten Oh, da kommt so viel gerade. Ist das ekelig. Ich bin offen, bin offen, juhu, bin offen. Ich werde ganz dröde irgendwo hier hin manubrieren, glaube ich. Querschläger. Kommt die Artie, oh, kommt ein T-Shirt. T-Shirt ist doof. Obwohl es ihn kommen will. Out. Out. Ohohohoho, hier ist doch nur. Autsch. Okay, ich bin, ich, ich will nicht mehr. Und du? Okay. Die Zapp ist da noch, okay. Du wirst sie nicht treffen da unten, die sind hinterm Berg. Mal runterfahren? Mach wie du denkst, du kannst nur lernen. Wenn ich mal heute vor das Pro-Noob-Gaming ist, ist auch nicht was er will. auch nur ein Cap reinfahren, das reicht schon mal. Lief weiter vor. Fahr, fahr zurück, fahr zurück. Was denn die nicht sehen können. Vorsicht Tiger da vorne. Die Tiger ist raus. Gut. Bleib einfach da. Bleib da. Einfach da bleiben. Stellt mal ein bisschen näher an die Felswand, die du da links von dir hast. Vorsicht KV1, fahr zurück. Nicht gucken, fahr zurück. Oh, zu spät. Fahr zurück, warte aber. Ja, war zu spät. Ja. Wollen wir raus? Gut. Ich muss ein bisschen lauter sprechen, sonst höre ich dich teilweise nicht. Ja sicherlich. Ja, geht doch, geht doch. Das ist doch wieder toll heute. Wow. Jedes Jahr die selbische in der Reihe. So, was wollen wir? Ja. KV1 wollen wir. Okay. Machen wir das. Hm, mehr schreibt auch nicht mehr. Das ist wahrscheinlich nicht mehr online. Da gucken wir mal. Wir müssen verteidigen. Schon wieder. Der Stand war vorhin genauso. Da haben wir auch verloren. Super. Da haben wir sogar ein 7er gefällt. Vorhin war es nur ein 6er. Na super. Na ja, gucken wir mal. Mal gucken, was wir hier machen können. Ich werde einfach hier über die Stadt wieder reinfahren. Wir werden die Ketten schaukeln lassen und die Eier polieren und überlassen. Ich fahr gleich hier rein. Vorhin war ich da ganz doof. Das fand ich doof. Ich fahr hier hin. Ich fahr hier hin. Ich fahr hier hin. Wir gucken mal. Dann hab ich mal ne. Wie man müsste in den Ziel gerade da sein dürfen. Lass. Was soll das? Was soll das du? Der Zug hier ist Blehung. Sie so schön das Feuer so sah. Ey. Locker. Ich bin locker. Ja, besonders im Schritt. Kein Problem. So, du hast gott miteinander. Wo seid ihr denn, Ole? Wo seid ihr denn? Uh, hier schießt was. Warum schießt denn da was? Okay, wir haben eine Menge los, was hier gerade so ein bisschen hier rumförbelt. Was hat man da? Ah, TRN-Tapy, da komme ich nicht durch. Am Turm. Autsch, können wir nicht klicken. Mann, IS. Es ist doof. Oh Mann, heute klappt aber auch gar nichts. Ich bin schon wieder raus. Ich habe schon wieder Mist gemacht. Ich bin nicht bei der Sache irgendwie, habe ich das Gefühl. Fatou nicht. Und es hat ein Hund damit zu tun. Ja, du musst ein bisschen lauter hin, sonst höre ich dich nicht. Ich bin auch ziemlich kaputt. Ah, das schaffst du schon. Und du reißt das Gefecht jetzt. Autsch, fahr zurück. Ja, da muss weiter ausgebaut werden. Oh Mann, gehen wir wieder raus. Ja, wenn es umläuft, machen wir mal um 8. Schicht, genau. Ich sag, du musst lauter reden, sonst hört man dich nicht. Ich habe gesagt, wenn das so weiter anläuft, mache ich um 8. Schicht. Aber mit dem Kromwell haben wir sogar gewonnen. Hey, super. Klasse. Kromwell ist immer gut. So, schmeiß was rein, was willst du denn fahren? Ja, fahr mal die, das war die Kromwell. Nochmal Kromwell? Gut, fahr mal nochmal Kromwell. Kromwell ist gut. Kann ja mal die normalen Kromwell ja mal fahren. Wollen wir mal gucken, ob wir da was reißen können. Ja, ich bin selber auch müde. Irgendwie, ich weiß nicht, gestern der schottische Abend schön lecker Essen gehabt mit Whisky und Bier und Wein. Vorhin noch schwimmen gewesen und irgendwie bin ich jetzt ein bisschen müde. Wir fahr mal da oben zu der Stadt dahin. So quer durch mal. Ich bin ein Dörfchen da. Nach EF0. Das ist der normale Kompel, den habe ich auch noch. Ich fahr noch ein bisschen in den Kromwell, auch noch ein bisschen leveln. Da oben ist aber was aufgelöst. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Autsch. Nasshorn. Autsch. Ich schieße das auf. Total uncool. Autsch. Und da schießt der Sausack. Okay. das klappt gar nicht okay ich bin raus heute läuft es gar nicht was hat schmerz geschrieben hier geier schützt über dir war ja ein tolles oben geier sind arztfresser super okay gehen wir raus das war was mit x das war nix auha jetzt haue ich mir meine schöne wm 8 hier mama margarina wie schaut es überhaupt aus derzeit von sechs gefechten haben wir drei gewonnen naja das geht ja immer noch kv1 will zu fahren ich prüfe mal was anderes ach ne ich fand ihn auch das ist cool das ist toll der hat was hey top tier das muss aber klappen hier wir fahren mal richtung berg da hinten hoch das windling macht der t14 muss ein prägen sagen wir fahren hinten auf den berg hoch ne schuki schuki wird man nicht okay alles klar ich bin taub die müssen wir mal vernünftige headset mal kaufen glaube ich alles andere hat wenig sinn kommen die 67 mit sehr gut alle Züge von der modellbahn geschubst ui toll hopp so schauen wir mal was wir machen können das interessiert uns eigentlich nicht kriegen wir eh nicht wir fahren mal richtung berg schauen wir mal was wir so reißen können gucken wir mal schuki willst du nicht ja ich komme ja aber ich bin die schnellste ach so ach so bin ich die schnellste naja verstehen wir schon ich habe voll gefressen mit schokolade voll mehr klar der ging voll durch ihre panzer rum ach kriege ich da oben nicht scheiße ist das so macht auch mal was hier ich habe schon ein bisschen was gemacht hier 2 wieder so ein bisschen was 2 wieder so ein bisschen was der ging voll durch ihre panzer rum der ging voll durch ihre panzer rum könnte so ein paar spieler hier oben gebrauchen ich habe mich immer ganz voll verlaufen auch ouch 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 jetzt habe ich mich aber eingeschossen hier geht nix auf und die beschießen mich kurz zurück weiter geht's ich kann so einstecken hier tach arti da kommt sie zu spät da bin ich weg das war's für uns raus hier das war's für uns ach ich bin tot die wollen mich heute nicht die wollen mich heute aber tun ich das ist mehr als bescheiden schreiten so schucki liegt alles an dir du musstest jetzt rocken komm her zeig was du kannst immer schön in deckung bleiben los halt ich muss mir ordentlich draufhauen wenn irgendwas siehst da ist ein stück den müsstest du eigentlich kriegen das aber hinterm bahndamm das kann ja nicht gefährlich werden genau wir jetzt ein paar bäume um ist die verkehrt der hügel ist unser das ausschaut oder ne doch noch nicht nein kriegt ihr den? musst du sie kriegen oder? fahr zurück fahr zurück nicht durchs Haus schießen bringt nichts lass ihn kommen fahr drauf zu fahr einfach drauf zu fahr einfach drauf zu rami notfalls rami oder machst du genau supi hey wiedersehen platt gemacht super ok und eine retourkutsche der hat mich auch raus genommen wollen wir raus? ja ja mit dir unternehme ich gar nichts mehr ok ok was wollen wir fahren? würde mal ein schweb ja stufe 1 stufe 1 habe ich nicht stufe 1 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 stufe 2 stufe 2 stufe 2 stufe 2 fahrawa fahr mas schau wir mal fahren wir mal in sweden fahren wir mal nach Ikea Ach ja. Gucken wir mal. Na, du bist doch der Schucki. Dann zeig, was du kannst. Was ist gut? Ach, das ist ein Jachtpanzer. Ja, das liegt die Anfängerkarte. Da ist ein bisschen im Kreisgarten. Naja. Wird schon schief gehen. Komm her. Schauen wir mal. Was wir machen können. Ich fahr mal ganz außen rum. Möch mal ganz außen rum. Möch mal ganz außen rum. Was parkst du hinter mir, du Bruder-Kerl? Mann, du hast ja direkt immer hinter einem parken müssen. Dann willst du weg, dann kommst du nicht weg. Super. Jetzt hat man sich wieder irgendwie aufrauchen lassen. Hui toll. Das ist so ein Thema Schweden, ja? Hier krieg ich nichts. Das kann ich auch nicht geben. Okay. Ich habe alles gegeben. Alles. Wirklich alles. Wollen wir raus? Du bist eh vorbei. Ja, hat sie eh erledigt. Hui toll. Ich würde lieber sagen, wir lassen uns mal bis 8 fahren, oder wir lassen das so nicht. Ja, nur bis 8 oder kurz nach 8 machen wir heute. Machen wir kurze Sache nur. Ja, machen wir bis 8. Da habe ich diesen Panzerbrichter gekriegt. Guck dir einer an. Hui toll. Habe ich ein bisschen Schaden gemacht. Zwei nicht hier, aber ein bisschen was. Okay. Was wollen wir denn? KV 1. KV 1. Nehme ich auch. Und hinein. So, wir sind gleich schnell. Wieder im Zug sollte man meistens auch den gleichen Panzer fahren. Wir fahren in die Stadt. Wir sind ganz ziemütlich zum Shoppen. Gucken wir mal. Machen wir heute etwas kürzeren Stream. Dafür morgen wieder etwas länger mit dem Schmerz-Kar. Dann schauen wir mal. Ach, wir sind Lowed hier sehe ich gerade. Scheiße. Ist er die ganze Zeit am Labern und man konzentriert sich gar nicht. Naja, wird ein Schild gehen. Also der KV 1 ist wirklich langsam. Meine Güte. Der KV 1 ist schneller. Ja. Das ist ja fast schon Top 2 Niveau. Meine Güte. Gucken wir mal. Wie wir dazu hinkriegen. Wie gesagt, morgen ab ca. 1845 mit dem Schmerz-Kar. Rambazamba, wie er es immer nennt. Wollen wir mal ein bisschen die Gegend hier aufmischen. Zuerst fahre ich in die Stadt und hole was von Douglas. Für den Schoko-Diebin. Dann brauche ich ordentlich was mit Bums. Hallo, wer bist du denn? Ich korrigiere, wer warst du denn? Hast du probiert? Probiert habe ich selber auch. Mal langsam mal vortasten. In dem Stand irgendwo ein T-Shirt war das, glaube ich. Ein T-Shirt. Ja. 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 Da müssen wir mal gucken. Da ist ein Komet. Ach, mal hier. Steht hinter der Mauer. Okay. Den kriegen wir so nicht. Aber wir können mich nicht draufhalten. Nein. Der will nicht. Da wir Loth hier sind, halten wir uns ein bisschen zurück. Und nur ein bisschen. Autsch. Da ist so ganz viel böse Sachen. Und ganz viele, ganz viele große Kanonen. Voll die Schoki. Die sind ein paar Nummern größer als du. Das kann lieber mal sein. Wir haben auch keine Unterstützung hier mehr gewusst. Super. Fall nicht so weit vor. Der ging voll durch ihre Panzerung. Was denn? Willst du nicht mehr? Was ist denn raus? Du hast heute überhaupt nicht. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, heute läuft es nicht gut. Das ist ein blöder VK. Den treffe ich nicht. Da ist er. Das ist doch ätzend, dass die VK nicht mehr rauskommt. Kann ich mal einmal mitkommen zur Unterstützung? Es wäre ja sehr vorteilhaft, wenn das so wäre. Oh, jetzt wo ich schießen wollte. Der blöde OI. Unser Team ist wieder weg. Super. Super. Echt toll. Oh Mann ey. Das machen wir unter dem Thema Failstream oder sowas. Was wollen wir denn? Spaß. Nein. Morgen ist unser Schmerz-Kamir mit dabei. Dann läuft es garantiert besser. Oh, wir haben nur drei von zehn Gefechten gewonnen. Ja, okay. Nehmen wir es mal den hier. Vielleicht läuft es ja besser. Gucken wir mal. Jetzt hört es in der Bergpass an. Ha! Ich soll der Lotto spielen. Möchte ich durch die Schlucht oder über den Gletscher fahren, Schuki? Schlucht. Gut, in die Schlucht. Nach Erzen, Murdel. Wir sind jetzt nicht in Minecraft. Heiß ich doch. Das können wir am Dienstag mal wieder machen. Minecraft-Stream. Haben lange kein mehr gemacht. Fünf. Wir fahren mal hier lang. Das ist ein Hetzer. Das wäre was für ein Schmerz-Kamir. Wir fahren mal hier lang. Hier ist rumgeballert auch vorher schon. Fürcht? Boah. So, mal ein Sechser-Gefecht. Ja. Gibt schlimmeres. Wir fahren mal hier lang. Ach, Schuki kommt mir hier hinterher. Du kennst den Weg, ne? Aber auch das Gerümpel im Auge behalten, ne? Ja, ja, ja. Ein Gerümpel vom Zelten allein. Nein. Wir fahren mal ganz außen rum. Die da kommen als wollen nicht, okay. Die da ging voll durch ihre Panzer rum. Die Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Aber es ist scheiß Artie ist hier. Ist da hin Shit noch einer? Ach, Artie später. Ich jetzt, Artie. Später. Sehen die ganzen Penner hier? Okay, wir sind offen. Okay, der Rudi da vorne ist raus. Das ist schon mal ganz gut hier. Das ist schon mal ganz gut. Lass uns schlecht dahin. Ganz, ganz schlecht. Blöder UI. Ganz böse. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ich habe ein Problem mit dem ganz böser UI hier. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das muss wehtun. Okay, das muss ich nicht mal angekratzt. Okay, UI ist raus. Sehr schön. Was ist mit dir, Schocki? Aua. Oh. Kommt er von da hinten? T-150? So ne Scheiße. Wir gehen nicht durch. Ich bin auch raus. Ich bin leider auch raus. Raus hier! Gucken wir mal, wie es läuft. Genau. Gehen wir mal aus der Garage raus. Komm her. Ja, aus dem Gefecht traut, besser gesagt. Okay, letztes Gefecht. Okay, Schocki, wie gesagt, letztes Gefecht. Was wollen wir denn fahren als letztes Gefecht? Schocki ist heute ein bisschen kaputt. Okay. Du darfst aussuchen. Ich? Ja, ich. Ich soll aussuchen. Ja. Okay. Ich hab was. Hast du aber nicht. Kann ich nicht lesen die Zahl. Römisch 8. Hast du, das ist kein 8er. Wollen wir mal kommen, wir fahren? Ja, komm her. Nimm ich den hier. So. Und go. Leider nur nicht mit. Den hab ich auch nur damals gekauft, Schocki. Weil er eigentlich ein guter Premium ist, wenn es halt gut läuft. Kann man gut mit Kohle shoveln. Vor allen Dingen für die Amis, die Cruise leveln, ist nicht verkehrt. Da ich den T1 Hebel schon habe und den M6 ist es nicht verkehrt. Aha. Ja. Wir sind jetzt also mitten. Wir müssen die Basis erobern. Wir sind ein 8er Gefecht. Toll. Super. Na das wird ja lustig werden. Ohne Feinschweinchen. Kann ich jetzt gar nicht einblenden. Aber morgen wieder bitte. Ich kann es nur einblenden, wenn ich nicht im Spiel hier bin. Sonst ist es etwas problematisch, weißt du? Ach, kriegen wir wieder hin morgen. Ja, mit Schmerz. Morgen wieder mit Schmerzka, Freunde. Wie gesagt. Perkt euch das. Um die 8.45 plus minus 15 Minuten. Dann versuchen wir das Ding wieder zu rocken. Na gut, letztes Mal lief es immer nicht ganz so gut. Irgendwie haben wir uns zu dumm angestellt. Das Team hat sich zu dumm angestellt. Das gegnerische Team, das war einfach viel zu gut. Und wir sind auch ziemlich müde. Daran liegt das auch. Ja, für heute ja. Ja, du kannst nicht alles aufs... Ach, ich fahr mal hier mitten durch. Mal gucken, was ich hier aufmachen kann. Dann tut sich irgendwie gar nichts auf. Ich bin offen. Oben ist hier irgendwas. Okay. Autsch. Es wird irgendwie geschossen hier. Wie uncool. Man schießt auf mich. Ey. Ey. Lass das mal. Ich muss jetzt mal zugehen. Dann können wir nur losbreden. Ups. Hier ist so viel los hier. Juki, pass auf, wenn du hier durchfährst. Hier ist eine ganze Menge los. Ich kann ja nicht groß was machen. Kannst du gar nichts machen. Zu dritt bearbeiten sie dich. Es ist ja auch kein Zurückfahrer, wenn sie dich... ...greifen. Das ist D34. Kriegen wir da nen Schuss drauf. Ich bin offen. Ganz schlecht. Und bin ich offen. Oh, da vorne ist das. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Okay. Der ging voll durch ihre Panzer um. Der ist raus. Okay. Super. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht. Ey. Ich falte einmal die Mandur zu der Seite. Ich bin offen. Oh, ist das uncool. Ja, es ist gut, dass ich hier offen bin. Autsch. Lass doch bitte mal mal Panzer hier heilen. Okay, ich bin raus. Was? War es auch schon raus? Völlig. Ui. Wir warten das Gefechtwesen ab. Würde voll heute noch so ab. Genau. Heute lief's partout nicht gut. Ja, zum Guten. Mal gucken, wie es morgen mit Schmerz läuft. Ob es besser läuft. Ich hab ein bisschen Schaden gemacht, wenigstens aber ein 8er Gefecht. Auf der Karte ist das schwer. Und einer hier meckert. Wie verrückt hier. Im Chat rum. Ist das witzig. Mal gucken, ob ich draufkomme, wer das ist. Wie gut ist es das? Ah, ne Hellcat. Ne Hellcat. Wenn ich's läuft, muss man Hellcat fahren. Und nur ein Problem. Schoko Diebel hat noch keine Hellcat. Diebel werden noch nicht gut umgekehrt. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Wir müssen die König eine Klopin im Hintergrund nach. Ich bin ein Problem, nicht nur ein Problem. Ich bin ein Problem. Das ist ja. Ich bin ein Problem. Es geht jetzt mit dir. Meine Verrückterung, warum es sein kann, auch nicht nur ein Problem. Und du wohnst r pais have. Ich bin ein Problem. Das ist ja. Das ist ja. Aber warum soll ich nach der Zwillingstadt nochmal ein allerletztes Gefecht fahren? Okay, lass das mal. Okay. Was haben wir hier? Der schöne Artie. Also der UDES hält sich für ein ganz was besonders, der UDES-Fahrer hier. Eigentlich nicht bitte. Auf reagieren, ne? Gucken wir mal den Chat so an, das weiß ich nicht. Ja, ist so gut. Mir hat man schon mal im Chat gesagt, ich sollte lieber mit Barbie spielen. Nur die habe ich alle verkauft, die kann ich nicht mehr spielen. Mal gucken, wie es läuft. Da oben ist ein IS-3. Das ist ja derzeit ja mein Ziel. Und der von der Schoko-Diebin da hinzukommt zum IS-3 wie ein Clan-Panzer. Vielleicht kommt ja auch die Schoko-Diebin irgendwo in irgendeinen Clan rein. Ich glaube, das sind so schläge aus dem Spiel verlieren wir bestimmt, oder? Ja. Bei uns sind ja nur noch die Ton da rum. Raus. Ich bin gerade auch mit Liga 2 drauf. Mal schauen, wie es läuft. Mal schauen, wie es läuft. Der Udis-Fahrer der macht irgendwie sonst irgendwas. Hat der ein Problem, oder so? Ich denke wahrscheinlich er ist der Größte oder sowas, oder? Auf jeden Fall sieht's verdammt schlecht für unser Team aus. Oh, vielleicht hat der Tiger nicht auf den Arsch gekriegt. Hat auch keiner Unterstützung dahin. Unser Team wird mehr und mehr aufgeraucht. Da oben ist auch ein IS-3, das bringt auch nicht mehr viel. Der Tiger hat dann ernsthaft das Produkt. Vielleicht ein KV-4 um die Ecke. Der KV-4 nimmt ihn mir schon gleich raus. Das sag ich doch. Das war's. Nix geht mehr. We're new gonna play, oder wie heißt das beim Roulette? Bei deinem Plü, nix geht mehr. Jo, oder so. Auha. Ey, Bergpast haben wir sogar noch gewonnen. Hey, wir haben noch ein Gefecht gewonnen heute. Wie geht das denn? Täglicher Auftrag. Ein bisschen Schaden gemacht. Was soll's denn? Und hier. Meine Mädels sind not amused. Ja, ähm. Könnte besser sein. Okay. Ja, meine lieben Freunde. Heute etwas kürzer aufgrund von Müdigkeit. Und irgendwie Unkonzentriertheit. Und, ach, was weiß ich nicht alles. Verabschieden wir uns für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn nicht, dann halt, wie gesagt, Montag. 1845 plus minus 15 Minuten über den Daumen. Ist wieder Zugfahren angesagt. Mit dem Schmerz-Kar und der Schoko-Diebin. Schoki, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Ich auch. Immer wieder gerne. Und dann bis morgen, ne? Ciao. Tschüss. Tschüss. Ja.